Wir sind hier bei Turbine Potsdam, neben mir Alissa Näher, Torhüterin, Stammtorhüterin sogar bei Turbine Potsdam. Sie macht auch mit beim Mats Online Schokohasen essen. Du hast deinen Hasen schon in der Hand, speiß einfach mal bitte in den Hasen rein oder ess ihn auf und ich sag dir, was für ein Typ du bist. Oh, es ist solid. Ich dachte, es war hollow. Do you celebrate Easter with Easter bunnies and chocolate Easter bunnies in Amerika? Ja, all the chocolate and lots of chocolate bunnies. Für dich, private life ist mehr important als die Arbeit. Das ist momentan. Pretty accurate. Und du bist auf der Suche für deine eigene Identität. Ist das okay für dich? Ja, das ist richtig. Ja? Das ist richtig, richtig?